hier kaputt machen war ich nicht bei dir in deiner dings nein er hat eine hydra gespawnt wie eine lege hier die mit könnten jetzt werden vertreten Lenkraketen werden jetzt gut hat natürlich wieder kann Nairie ist von denen oder war ja und bumm wie hat der eine rakete überlebt und der hält zwei raketen aus neben die noch das war wohl seit jungen der zwei raketen aufgehalten und dann hätte ich mal eine aus so ich glaube ich habe die auch mit geschossen es müsste drunter sein sind ich habe ein und dinge sind ich habe auch noch ein das was ich habe darauf gehalten wir gehen jetzt erst mal wein das ist so wie er dings hier jetzt brennt mein auto ich steig mal aus das war lustig ab gehörte damit dazu hier dieser spitze das war keine absicht dann ich habe zwei von den runden ja ich habe den mittel ich habe sie erschossen ich habe kopf gestechen angemacht jetzt weit auf die bohlen habe ich nicht bemerkt sorry ich bin hydra die kann nicht schade er muss ja wieder an unserer er war genau so er ist und um kann war ja ja ich glaube das sind ein paar zwei harder wenn ich mir die outfit zu angucken ja auch anhand der spielweite nur der grüne macht mit ehrenmann ok der hat aber auch die waren gerade nicht und mich sehr gut weil wir gegen die kämpfe der wie schnell ist der wie schnell ist der 23 beim tod gott mord hast du auf den geschossen markus ja hat er schaden bei der ab ich konnte gar nicht so schnell gucken weil er war schon tot er hatte keinen schaden bei mir hat dieser gott mord der will nicht dass leute kämpfen aber er schießt er hat gott mord ja eklig das ist so hurensohn mäßig dass die das rockstar diesen scheiß clip nicht rausgenommen hat weißt du gift card to friends und so ein scheiß was nicht schlimm ist jetzt vw weil du schickst halt jemand einfach nur ein auto und das nehmen die das da sind sie sofort dran das zeigt haben ist der weg gepätscht aber so ein scheiß der existiert schon seit einem halben jahr vor allem du bist sofort tot ja das gott mord er wurde gerade voll essen von den überfahren steht einfach wieder ja der wird auch gemeldet ja das sind das sind auf jeden fall modder und cheater so hier liebe leute noch mal für mein clip hier noch mal ein beweis wie man zeigen kann dass man absolut kein leben hat dass man nichts drauf hat und dass man viel zu viel zeit und langweil hat bist du ein scheiß kultur für das ist der entscheidung ich bin gerade erst geworden das hat er nur interessiert dass ich den gerade an der wappen dann ich hab dir auf den kopf gezielt und ja trotzdem steht ja noch ja der kommt zu dir dran schießt dreimal bis tot ich bin in der basen wenn wir das mal gemeldet ja ok wir facken halt ab aber ganz ehrlich sowas ist halt einfach nur komplett eierlos 25er kd keine kuh 825er level schlüochen loser und dann den namen von dem account spielfehlerausnutzung profil anzeigen abfakten ist das eine weise dass das gehört vielleicht auch irgendwie ein lobby das war ja aber wir probiert ja auch gerade wir aber 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 rum glitschen und rennen und also eine scheiße das ist alles muschi du kommst doch nicht von dem weg nicht ich höre gleich in die base so habt ihr erst mal gemeldet jetzt geschrieben gott modus luft ja guckte heute seine komische maske an und alles ich hab dir mal fürs zum rauswerfen gewartet ja schon viele das probleme ist dass rockstar einfach nicht konsequent ist wenn drei leute den melden oder so dann wäre schon längst müsste der schon längst fliegen ob wir hier auf einmal zwei punkte auftauchen guten tag er bildet hat trotzdem alle hätte ich mal auf die nachricht reagiert hast du geschrieben und jetzt auf mk2 ja natürlich wir haben geschrieben gott modus loserhaft hat halt auch einfach keine ehre wenn er so spielt ganz gott modus krecker in der base ich habe mich eingeladen das sind in seiner basis am uns da mal gezogen ich weiß nicht wo der entfliegt weil ich überlege gerade auf der teile ratiert ja 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 Vielen Dank.